so heute schauen wir uns mrs thatcher's war the folklands 1982 an ein strategisches solitärspiel design von ben madison und das ist der das dritte spiel in seiner reihe der britische war trilogy das heißt es gibt noch zwei andere spiele angesiedelt in der napoleonischen zeit und in der zeit des amerikanischen unabhängigkeitskrieges die alle in dieser reihe eben schon erschienen sind bei white dog games hier bei folklands beschäftigen wir uns mit dem krieg zwischen großbritannien und argentinien welcher 1982 stattgefunden hat und wir spielen hier die episode von april bis juni nach und wir werden am anfang konfrontiert mit dem seekrieg und mit dem luftkrieg über den falkland inseln um dann im späteren verlauf nach sieben runden besteht die möglichkeit bodentruppen in der st carlos landing zone anzulanden und dann versuchen eben von westen nach osten richtung stanley vorzurücken wobei uns natürlich argentinische truppen minenfelder die argentinische luftwaffe dementsprechend viele schwierigkeiten bereitet spiel ziel ist wie eben schon angesprochen die eroberung der hauptstadt stanley und beziehungsweise port stanley durch meine truppen das heißt die bodentruppen müssen vorrücken und auf diesen drei unterschiedlich farblich markierten faden im vorrücken und ich habe gewonnen wenn ich am ende des 19 zuges praktisch alle drei camps so heißen diese felder hier diese camps durch meine truppen halt besetzt sind das heißt die helis ich hatte glück ich habe helis gewürfelt dann kommen schneller voran aber dazu mehr und wenn alle drei camps am ende des 19 zuges bzw in der victory check phase dann besetzt sind durch meine truppen dann habe ich gewonnen ich verliere spiel wenn das am ende der 19 runde nicht so ist die spielmechaniken ich habe in diesem spiel vier spiele in einem ich habe zuerst mal hier unten die zeitleiste die läuft gnadenlos runter wenn ich eben dann echt am ende der 19 runde das ziel ich erreicht habe habe ich verloren was mir das leben natürlich auf diesem dieser zeitleiste richtig schwer macht sind die wetterphasen schauen wir uns gleich noch mal genauer wenn man sich strategische karte hier angucken dort können einzelne runden einfach übersprungen werden indem ich halt schlecht würfel elf bis zwölf mit zwei würfeln würfel ich das wetter aus und dann habe ich im fall des games der stürme habe ich dann halt einfach ins gibt hören das heißt der marker rückt hier einfach eins weiter ohne dass ich irgendetwas auf der karte bewegt habe dann habe ich den kampf um die vorherrschaft im südatlantik wo ich gegen die verschiedenen argentinischen gruppos da sind landgestützte see- und luftstreitkräfte gegen die ich vorgehen kann mit meinen flugzeugträgern und meinen zerstörern dann muss ich den als drittes den luftraum über den falkland inseln kontrollieren um nicht später nachteile zu haben wenn meine bodentruppen vorrücken wollen denn die brauchen um vorrücken zu können und um schnell vorrücken zu können natürlich lufttauheit in den einzelnen verschiedenen sektoren hier und ich habe als viertes dann dementsprechend die bodentruppen die an landen dürfen wobei das zeitrennen noch mal nochmal doppelt schwer wird weil ich erst in der siebten runde an landen könnte wenn ich dann die voraussetzung habe und der zug nicht zum beispiel einfach übersprungen wird das heißt ab der siebten runde habe ich noch mal ein doppeltes zeit drin nicht nur gegen den game endmarker sozusagen sondern ich habe eben doch meine bodentruppen die irgendwann an landen müssen und dann dementsprechend vorrücken müssen auf ihren faden also das ist schon eine menge wie gesagt ich habe natürlich auch jede menge glück oder unglück eben beim wetter durch die würfel die luftkämpfe werden ausgewürfelt es wird ausgewürfelt wo ich die dementsprechenden gruppos habe die gruppos sorgen nachher in ihren sektoren in dem sie dann sich befinden welche nicht bekämpft habe bringen die natürlich flugzeuge in die jeweiligen sektoren das heißt die karte korrespondiert dann eben mit dem sektor a da kommen eben dann flugzeuge hin mit dem sektor b und so weiter und so fort das sind halt also die spielmechaniken mit denen ich auseinandersetzen mit den ich mich auseinandersetzen muss hier und dann habe ich natürlich wie in jedem guten bohr geben eben auch eine tabelle wo ich dann dementsprechende combat results habe für die verschiedenen ereignisse eben die taskforce engagement damit sind die gruppos hier gemeint dann habe ich san carlos airstrikes das ist dann hier hinten gemeint wenn ich dann truppen angelandet habe dann schlagen die argentine zurück ich habe ground combat modifier table also da mache ich dann wieder würfeln und tabelle checken okay wie läuft eine runde ab in miss thatcher's war wir fangen an mit der strategischen karte die haben wir hier noch mal und wir würfeln zuerst unser wetter aus das kann schon heißen bei einem ganz schlechten wurf dass der hören einfach geskippt wird oder ich habe pech und würfel eben auch nebel oder regen schauer und böen dann habe ich eben keine luftphase wo sich meine harrier mit der argentinischen luftwaffe abgeben am besten ist natürlich für alle beteiligten schönes wetter oder leichter regen und noch ein bisschen schnee dann geht das als nächstes könnte ich dann wenn ich meine srs truppen zur verfügung habe die auf eine mission schicken die sind verfügbar für für verschiedene missionen die können auf der hauptkarte flugplätze angreifen die nachher die landung einfacher machen wenn meine truppen oder die können mit zum kampf eingesetzt werden die können zur aufklärung mit eingesetzt werden also die kann ich einsetzen und wenn ich die dann einsetze dann würfel ich einen weiteren würfel und dann sind die mir in der anzahl der würfelaugen übersetzt in anzahl runden stehen die mir wieder zur verfügung das ist auch ganz cool dann geht es weiter und zwar kommen wir dann zur gruppo phase die gruppo phase ist diese phase wo ich für die gruppos würfel wie viel maxi also zwei gruppos können hier pro runde mit in irgendeine sektor dazukommen und dann muss ich versuchen eben diese gruppos zum rückzug zu zwingen in diese argentinische mainland box hier das heißt diese nachher raus weil das problem ist wenn die gruppos sie sind es können nicht mehr als zwei pro sektor sein aber pro gruppo werden nachher zwei flugzeuge gezogen die dann in dem entsprechenden sektor hier zum beispiel sektor b sektor c und so weiter zugeordnet werden das heißt ich werde hier versuchen mit meinen herrer flugzeugträgern diese gruppos zum rückzug zu zwingen das ist die task force phase mit verschiedenen unterphasen noch die davon abhängig sind wie weit zum beispiel meine bodentruppen vorgerückt sind und da sieht man vorgerückt sind und da sieht man schon wie super verzahnt das ganze ist so dann kommt die argentinische luft waffen phase sozusagen da wird gucken wie viel gruppo sind da flugzeuge werden aus einem aus einer tasse oder aus dem becher gezogen verdeckt die werden dann in die jeweiligen sektoren platziert die kommen dann hier drüben hin und sektor e als beispiel hier sind zwei gruppos vier flugzeuge kommen dann in den sektor e erstmal dann geht es noch weiter dann kommt es nämlich zur argentinischen runterphase sag ich jetzt mal wohl die verschiedenen machthaber auch noch mal den aufenthaltsort der flugzeuge verändern können es kann sein dass irgendjemand die flugzeuge dann alle nach san carlos in die landung landungszone ruft und so weiter und so fort das heißt die bleiben dann nicht immer so dann kommen meine area die werden dann hier eingesetzt die fliegen also aus der tats zone hier aus der total exclusion zone fliegen die in die jeweiligen sektoren dann wird der luftkampf ausgeführt und am ende des luftkampfs wird festgestellt wer hat denn jetzt die luft hoheit in diesem sektor und die luft hoheit in dem sektor ist nachher dann wichtig für meine bodentruppen so das ist die nächste phase dann kommen wir zur ground face zu ground war face wenn wir denn da schon sind wenn also meine bodentruppen in der san carlos lande zone hier hinten gelandet sind dann rücken die halt vor wenn die zu fuß unterwegs sind sag ich jetzt mal also ohne helikopter können die bis zu zwei camps vorrücken wenn sie nicht vorher schon von argentinischen kräften eben gestoppt worden sind wenn sie mit dem heli unterwegs sind wenn sie wenn man in diesem sektor die luft hoheit besitzt aus dem ausfliegen möchte soweit vorrücken bis sie zum nächsten hindernis spricht bis zur nächsten argentinischen patrouille armee formation minenfeld und so weiter die minenfelder können die sogar überfliegen auftritt das heißt wenn ich die helis habe die ich mir natürlich dann auch erwürfeln muss wie viel ich da bekomme bin ich relativ schnell unterwegs aber ich habe ein problem mit diesen ganzen auto supply geschichten weil ich habe nur drei stacks die auf diesen fragen hier vorrücken und wenn ich nicht die luft hoheit in mindestens drei sektoren habe muss ich ein stack out of supply bringen das heißt den kann ich dann in dieser phase eben nicht bewegen wenn ich nicht zwei landungsschiffe hier hinten habe muss ich einen weiteren stack out of supply machen das heißt ich muss halt immer gucken wie ich meine truppen halt in versorgung und in verpflegung halte um weiter vorrücken zu können dann geht es weiter je nachdem wie die ground war phase ausgefallen ist dann wird geguckt in der logistik und invasions phase ob ich bereits alle camps angrenzend hier alle drei angrenzenden camp support stanley kontrolliere dann habe ich das spiel gewonnen ansonsten geht es weiter wenn ich noch nicht die truppen angelandet habe dann versuche ich die truppen anzuladen das kann ich ja erst wie gesagt ab turn 8 hier hinten und dann kommen wir zur logistik phase die spielt dann hier auch wieder auf dem der strategie phase welche hinten den flugzeugpool alles was repariert werden muss landet erst mal hier hinten an flugzeugen im repairpool und dann wird halt dargestellt wie knapp die argentinier an personal und material waren wenn hier mehr als drei flugzeuge sind suche ich mir das flugzeug mit der niedrigsten kampfstärke raus und pack das auf den ablagestapel das ist dann raus und so reduziert sich der anfangs sehr große flugzeugpool der argentinier relativ stark ich guckte noch mal ob sie ob es noch ob eine der schlachtschiffe der argentinier hier mit hier schon auf der karte sind da gibt es noch verschiedene sachen abzuarbeiten per würfelwurf natürlich ja und dann werden flugzeuge repariert oder eben nicht hängt auch vom wetter ab ob die repariert werden oder nicht und dann komme ich zur headline phase und die headline phase ist noch mal eine ganz entscheidende phase weil dort noch mal ausgewürfelt wird in welcher runde befinde ich mich und dann passieren je nachdem welche zahl ich den würfel passieren diese ganzen dinge mal besser mal schlechter für mich also da geht es dann um befreundete staaten die mir noch mal boni bringen für die bekämpfung der grupus oder aus dem heimatland großbritannien kommen eben forderungen und wenn bestimmte camps noch ordentlich auf der karte erreicht worden sind gibt es mali dann gibt es hier diesen black bug air raid das ist also ein bombardierungsversuch der briten von der vom essential island aus nach port stanley auch eine super interessante geschichte kann man sich mal bei youtube video zu angucken ja also ganz viele verschiedene sachen die noch passieren die natürlich ausgewürfelt werden und die noch mal das komplette spielfeld noch mal verändern das ist die headline phase und dann sind wir auch schon dabei unsere flugzeuge zurückzuholen und dann ist die runde vorbei und der rundenmarker rückt 1 vor die regeln von miss fetters wo sind gut geschrieben es ist aber wie bereits eingehend schon erwähnt hatte so ein mischmarsch aus regelbuch historischen flach texten und teilweise auch tagebuch des autors und wenn man es ist da gewesen hier sieht man irgendwie auf den auf dem darwin hill an den vorklands inseln steht und ja es gibt hier keine bebilderten beispiele die der ein oder andere sich vielleicht wünschen mag aber es ist grundlässlich so dass alles erklärt ist es gab jetzt nichts worüber ich gestolpert bin wo ich dachte wie funktioniert das denn jetzt das ist hier obwohl dieses heft eben so ein mischmasch ist sag ich mal aus regelheft reisetagebuch und historischen flachtexten politikern die sich dazu geäußert haben während der krise etc etc man hat grundsätzlich alles mit dabei man hat die headline phase man hat die air results table bei board game geek gibt es noch mal nochmal eine eine spielsequenz die ich mir ausgedruckt habe damit ich nicht laufend am regelheft rum blättern muss sie hat man halt noch mal die also kompletten spielablauf im detail da aber grundsätzlich geht das auch mit dem heft was man während des spiels dann benutzen kann meine meinung zu miss fetters wo grundsätzlich habe ich sehr lange auf das spiel gewartet und hatte mich auch darauf gefreut weil es heißt dass das spiel einzigartig ist das ist eine sehr hohe immersion noch mit sich bringt und meine erwartungen waren hoch und sie wurden erfüllt also kann ich vorher sagen das ist ein absolutes top solitär war game wenn man sich für die geschichte der volkland inseln interessiert oder wenn man auch noch keine berührungspunkte damit hatte kann man mit diesem spiel super super tief in diese atmosphäre eintauchen wie gesagt das regelheft hat schon diese ganzen informationen dazu es gibt jede menge zusätzliche historische fakten noch mal hinzu von ben madison niedergeschrieben in den designer notes von seinem besuch und dieses spiel hat ist es ist super verzahnt man hat so diese strategie karte hier auf der rechten seite wenn man hier pech hat dann hat man nachher den ganzen himmel über den falklandsinseln voll mit flugzeugen die das vorrücken der eigenen truppen unmöglich machen und so weiter und so fort den supply der eigenen truppen muss sicher der supply der eigenen truppen muss sichergestellt sein ich kann mit den mit mit der srs arbeiten die mir hier diese beiden flughäfen sind ja nicht aber die beiden landesstreifen für die flugzeuge die mir bei den bodentruppen dann ärger machen könnten die kann ich damit bekämpfen oder ich schicke die mit denen in den kampf oder schickt die auf aufklärungsmission also das ist super vielfältig super vielfältige verzahnung mit den gruppos hier die ihre flugzeuge hinschicken aber gleichzeitig auch das politische renkespiel sage ich jetzt mal die flugzeuge sind positioniert und dann hat aber plötzlich in argentinischer armee generalen anderen planen werden die flugzeuge wieder woanders hin gezogen super super viele geschichten zum beispiel diese geschichte mit dem swan inlethaus hier als die britenden in swan inlethaus vorrückt sind hatten die argentinischen schreitgriffe vergessen die telefonkabel zu karten nach fitzroy und dann hat man eben auf dem spielplan hier so eine so eine face down so eine unbekannte einheit liegen und dieser berühmte telefonanruf von swan inlet nach fitzroy sorgt dafür dass halt die briten wussten welche stärke an truppen mit da war und da dreht man halt diesen counter um so sind halt diese geschichten hier in dieses spiel mit eingebunden absolut absolut genial die headline phase die bringt einen immer wieder am ende der runde zur verzweiflung wenn man ihn hier auf der strategie karte eben ein seiner escorts in diese trala box schicken muss trala bedeutet hier tag repair logistics area da ist denn dieser escort nicht zur verfügung das heißt ich kann schon nicht mehr alle meine stacks in der nächsten runde versorgen das heißt ich kann nur mit zwei wieder vorrücken wenn ich nicht die luftherrschaft über mindestens drei luftsektoren habe dann ist ein weiterer stack out of supply und so weiter und so fort also es ist super verzahnt es hat so viele kleine detail super viele geschichten die man erkunden kann und die dazu anregen sich näher mit diesem konflikt zu beschäftigen ich persönlich muss mir jetzt erstmal den film iron lady einschauen anschauen da ist der konflikt auch teil des spielfilms über das leben von margaret thatcher ja also miss thatcher's war kann ich jedem empfehlen ich finde es absolut genial super spannend ein tolles spielerlebnis eine super zeit die man mit dem spiel hat ja eine absolute empfehlung von mir im bereich der solitär wargames so 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 so